Frau Müller. Im Grunde genommen machen wir das in Frau Müllers Interesse. Wer auf dem falschen Posten sitzt, fliegt. Warum soll es in der Schule anders sein? Wichtig ist nur eine Sache, ich werde sprechen. Ich werde Frau Müller sagen, was Sache ist. Ich sag mal, als Mensch hat sie meine persönliche Sympathie. In drei Monaten gibt es Übergangszeugnisse und dann hat diese unfähige Kuh unseren Kindern die Zukunft endgültig versaut. Naja, es ist keine Schande, sich einzugestehen, dass man überfordert ist. Burnout ist sehr häufig bei Lehrern. Augen auf bei der Berufswahl. Wir wollen die Müller nicht mehr. Das ist die Realität. Aus die Maus. Sicher hat jeder von uns regelmäßig das Gefühl, ein kleines Monster zu Hause zu haben. Kinder nerven, das ist nun mal so. Oder sieht das hier irgendjemand anders?